Hallo und herzlich willkommen zu dieser Videoanleitung. Mein Name ist Simon Gabatula und ich zeige Ihnen heute, wie Sie Videos schneiden und Diashows erstellen können auf einem iPad. Und zwar gibt es die Video- und Fotobearbeitungssoftware Avid Studio, auch für das iPad. Und ich zeige Ihnen jetzt in den nächsten Minuten, wie das funktioniert, wie Sie Ihre Videos und Fotos bearbeiten, zu einem Film zusammenschneiden können. Wie Sie Übergangseffekte hinzufügen können, Titelsequenzen und so weiter. Und ich werde Ihnen dann auch zeigen, wie Sie diesen Film weitergeben können, zum Beispiel auf YouTube, Facebook und so weiter hochladen. Eine ganz besondere Funktion, die ich persönlich sehr gut mag, ist nämlich, dass wenn Sie mit dem iPad und Avid Studio einen Film geschnitten haben, dann können Sie das ganze Projekt über iTunes oder die iCloud auf Ihren PC übertragen. Das gesamte Projekt mit allen Medien, Fotos, Videos und so weiter auf dem PC in Avid Studio weiterverarbeiten. Das heißt also, Sie können im Prinzip auf dem iPad einen Rohschnitt erstellen Ihres Filmes und dann das Projekt übertragen auf den PC und mit allen Möglichkeiten dort noch fertigstellen. Oder Sie machen einfach eine Sicherung Ihres ganzen Projektes dann auf dem PC, so damit Sie wieder Platz auf dem iPad haben für weitere Projekte. Ich habe mir Avid Studio aus dem App Store heruntergeladen und installiert. Seit Anfang Februar ist diese App verfügbar und Sie können diese sehr einfach über den App Store herunterladen und installieren. Sie erhalten dann auf dem iPad ein neues Symbol, dieses Icon, also Avid Studio. Und mit einem Finger Druck auf diese Software startet Avid Studio auf dem iPad. Sie sehen nun diesen Hauptbildschirm. Das ist das erste, was Sie sehen jetzt von dieser App. Und zwar werden Sie gefragt, ob Sie die Bibliothek aktualisieren möchten. Das heißt, sämtliche Videos, Fotos und so weiter, die Sie auf dem iPad gespeichert haben, werden nun in die Bibliothek von Avid Studio integriert, durchsucht und so weiter. Ich überspringe einmal diesen Schritt und sage dazu Nein. Natürlich würden Sie beim ersten Mal, wenn Sie Avid Studio verwenden auf Ihrem iPad, das einmal durchlaufen lassen. Sie sehen jetzt diesen Hauptbildschirm. Das ist der Begrüßungsbildschirm oder die Hauptübersicht Ihrer Projekte. Und Sie sehen da in der Mitte einen Filmstreifen und jedes dieser kleinen Bilder wäre dann ein Projekt. Also das heißt, Sie können mehrere Projekte in dieser App auf einem iPad verwalten. Ich zeige gleich, wie Sie so ein neues Projekt erstellen können. Oben rechts haben Sie ein kleines Fragezeichen. Wenn Sie darauf klicken, dann erhalten Sie weitere Informationen, so wie ein kleines Handbuch, in dem da noch weitere Funktionen beschrieben sind. Mit dem Zahnrad ganz oben rechts haben Sie die Möglichkeit, gewisse Einstellungen vorzunehmen. Zum einen können Sie die automatische, also die Dauer eines Fotos einstellen, wenn Sie ein Foto dann auf die sogenannte Timeline legen. Ich habe jetzt vier Sekunden eingestellt. Ebenso können Sie die Titeldauer auf vier Sekunden standardisieren. Natürlich können Sie die Längen der Fotos, der Titel und so weiter im Nachhinein beliebten noch verändern. Zudem gibt es eine Überblendungsdauer und so weiter. Sie werden dann gleich später sehen, mit was das zu tun hat. Ich klicke einmal auf Fertig. Um jetzt ein neues Projekt erstellen zu können, klicken Sie einfach hier oben auf dieses Plus-Symbol. Und Sie können nun einen Namen vergeben für ein neues Projekt. Ich sage diesem einmal Avid Studio Demo. So, klicken Sie dann auf OK und das Projekt wird erstellt und Sie gelangen dann in die Hauptübersicht, also in die Ansicht, wo Sie dann später arbeiten werden in Avid Studio. Vielleicht kennen Sie Pinnacle Studio und Sie werden gleich sehen, dass gewisse Elemente sehr ähnlich ausschauen. Obwohl natürlich die Funktion auf dem iPad etwas reduziert ist, also man kann das nicht vergleichen mit der PC-Version. Und trotzdem sind eben sehr viele Funktionen in diesem iPad integriert. Mir persönlich gefällt es einfach sehr gut, weil Sie überall, wo Sie sind, im Zug, im Flugzeug, unterwegs, können Sie bereits Ihre Videos und Fotos bearbeiten und so einen Rohschnitt vielleicht erstellen oder sogar einen kompletten Film oder eine Diashau fertig schneiden. Ich erkläre Ihnen kurz die Übersicht dieser App und zwar haben Sie hier oben links eine sogenannte Bibliothek. Sie werden dann später sehen, dass wir da sämtliche Videos, sämtliche Fotos von unserem iPad und natürlich auch sämtliche Musik, die Sie auf Ihrem iPad gespeichert haben, die Sie vielleicht gekauft haben über Apple oder über iTunes auf Ihr iPad von Ihrem Computer übertragen haben. Dann gibt es unterschiedliche Übergangseffekte, sogenannte Überblendungen. Dazu zeige ich Ihnen dann später nochmals mehr. Dann gibt es sogenannte Montagethemen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie Avid Studio oder Pinnacle Studio für den PC besitzen. und selbstverständlich können Sie auch Titelsequenzen hinzufügen. So, ich zeige Ihnen einmal ganz kurz, wie Sie so eine Diashau erstellen und ich beginne einmal bei meinen Fotos. Ich habe jetzt unterschiedliche Alben auf meinem iPad hinzugefügt und nehme einmal diese Fotos aus dem Album Training. So, ich habe jetzt da unterschiedliche Fotos. Im Prinzip geht es sehr einfach. Sie ziehen einfach mit dem Finger, sehr intuitiv, einfach die Fotos in der Reihenfolge auf die sogenannte Storyboard-Ansicht, in der Sie dann später auch Ihre Fotos darstellen lassen möchten. Das geht sehr schnell und Sie sehen hier wiederum die Standarddauer von vier Sekunden je Foto. Sie sehen einmal diese Storyboard-Ansicht. Diese können Sie mit dem Finger bewegen. Das geht sehr einfach und das sind jetzt im Prinzip die ganze Reihenfolge Ihrer Diashau. Da unten habe ich eine sogenannte Timeline und immer jeweils an diesem Strich wird mir das Vorschaufenster, also das Vorschau-Bild angezeigt. Das heißt, ich habe hier meine Storyboard-Ansicht mit den Fotos, hier eine Timeline-Ansicht, wo ich auch die Längen dieser einzelnen Fotos oder Videoclips sehen kann. Und im oberen rechten Bereich sehe ich jeweils immer das, was auf der Timeline bzw. auf dem Storyboard vorhanden ist. Ich kann jederzeit an den Anfang spulen und im Prinzip meine Diashau einmal abspielen lassen. Und Sie sehen jetzt, das ist einfach eine ganz normale Diashau, nichts Wahnsinniges. Aber die Fotos werden jetzt hintereinander dargestellt. Sie haben jetzt vielleicht gesehen, dass es da ein Foto gibt, das Hochformat aufgenommen wurde. Es eignet sich nämlich, dass Sie ein iPhone oder iPad immer im Querformat verwenden, wenn Sie Fotos oder Videos aufzeichnen. Das hat den Vorteil, dass wenn Sie später einmal auf einem Fernsehgerät etwas anschauen möchten, das Sie da gemacht haben, das Video und das Foto dann auch richtig dargestellt wird. Wenn Sie also Hochformat fotografieren oder filmen, dann würde das so ausschauen. Das ist aber für Avid Studio auf dem iPad kein Problem. Sie können dieses Foto sehr einfach animieren lassen, indem Sie einfach im Storyboard auf das Foto draufklicken und Sie erhalten dann die sogenannte Pan and Zoom-Funktion. Mit den zwei Fingern können Sie dann sagen, wie das Foto jetzt in diesem Vorschaufenster animiert werden soll. Also sehr einfach funktioniert dies immer mit einem oder zwei Fingern und Sie ziehen dann das Foto entsprechend in die Größe, in der Sie es eben gerne haben möchten. Ich zeige Ihnen einmal ganz kurz, wie das ausschaut, wenn man das jetzt abspielen lassen würde. Und zwar wird dieses Foto jetzt von unten nach oben rollen. Und Sie haben gesehen, dass meine Fotos eine Länge von vier Sekunden haben. Wenn ich das jetzt abspiele, kann es sein, dass es noch etwas ruckelt, weil dieser Effekt noch nicht berechnet worden ist im Hintergrund. Sie sehen aber sehr gut die Animation. Wenn ich diese etwas langsamer laufen lassen möchte, dann kann ich dieses eine Foto einfach auf der Timeline verlängern. Und Sie sehen nun, es gibt vier Sekunden Abschnitte und es gibt aber auch längere Abschnitte, zum Beispiel jetzt etwas mehr als sieben Sekunden. Um das Ganze dann flüssig abspielen lassen zu können, klicke ich auf diesen Rendern-Knopf und der Film wird mir im Hintergrund berechnet und in einem Format auf dem iPad abgespeichert, das eben berechnet ist, damit die Vorschau dann schön flüssig vonstatten geht. Ich kann jetzt da meine Diaschau abspielen lassen. Wenn ich möchte, kann ich das Ganze auch im Vollbildmodus tun, sodass ich jetzt eine sehr flüssige Ansicht erhalte von meinem Film und meine klassische Diaschau erhalte. So, neben einfach Fotos hinzufügen, kann ich natürlich auch sogenannte Übergangseffekte hinzufügen und ich mache das einmal am Anfang meines Filmes. Automatisch wird hier ein Schwarzbild hinzugefügt und ich zeige Ihnen ganz kurz, wie das ausschaut, wenn man diesen Film nun abspielen lässt. Sie sehen es schwarz und dann sehen Sie, wie dieses Foto jetzt weich eingeblendet worden ist. Vielleicht ist das jetzt etwas schnell gegangen, aber ich zeige Ihnen das noch einmal in einer kurzen Voransicht. Also zuerst das Schwarz und dann wird langsam dieses Foto da eingeblendet. Selbstverständlich können Sie auch die Länge des Einblendens verändern, indem Sie diesen Ein- und Ausblender einfach verlängern. Sie können natürlich jederzeit auch Überblendungen zwischen zwei Fotos hinzufügen, indem Sie die einfach auf die Timeline legen oder indem Sie einen Übergangseffekt in die Storyboard-Ansicht hinzufügen. So, und jetzt zeige ich Ihnen da, wie das ausschaut. Das ist jetzt eine ganz langsame Überblendung. Je nachdem, wie lang dieses Element auf der Timeline ist, wird das auch länger dauern. Sie sehen jetzt, das geht ins Schwarz hinein, hat kurz geflackert. Das hat den Grund, weil ich eben meine Sequenz nochmals ändern muss. Bewegte Bilder mit Übergangseffekten und so weiter müssen berechnet werden. Obwohl das iPad 2 in meinem Fall sehr stark ist, braucht es zwischendurch trotzdem eine kurze Berechnungspause. So, das geht relativ schnell und ich zeige Ihnen noch einmal, was ich da gemacht habe mit meinen Übergangseffekten. Sie sehen, sehr flüssig wird das schön abgespielt. Hier nochmals die Animation und wir sehen jetzt einen Blender in Schwarz und dann kommt das nächste Foto. So schaut das dann in etwa aus. Ich habe jetzt zudem die Möglichkeit, zu meinem Film einen Titel hinzuzufügen. Ich habe da bewegte Titel und Sie sehen gleich, wie das ausschaut, wenn ich so einen Titel ein- und ausblenden lassen möchte. Oder es gibt auch noch andere Titel, die dann vielleicht so ausschauen, also buchstabenweise reinkommen und dann weich ausblenden. Der gefällt mir sehr gut. Den nehme ich einmal an den Anfang meines Filmes und ich möchte nun den Text ändern. Und zwar in Diashow und der Titel wird mir jetzt dargestellt. Ich kann natürlich auch Schriftart und Größe und so weiter individuell noch einstellen. Und zwar geht das auch sehr einfach. Ich doppelklicke einfach auf diesen Titel, ich habe da noch einmal meinen Text, kann dann meine Schriftarten auswählen, die bereits auf dem iPad installiert sind. Ich kann natürlich auch noch eine Farbe auswählen, die mir gefällt, wenn ich zum Beispiel so etwas möchte. Und kann mir fertigstellen und wenn ich das jetzt anschaue, dann sehen Sie, dass da mein Titel zu diesem Film hinzugefügt wurde. Und eine ganz schöne Animation. Selbstverständlich könnte ich auch am Schluss meines Filmes einen weiteren hinzufügen. Irgend so etwas. Und ziehe diesen ebenfalls dann auf meine sogenannte Timeline oder Storyboard-Ansicht und kann natürlich da auch noch den Text anpassen. Und ich wähle da einmal Ende, nehme da noch eine andere Farbe, die gefällt mir besser, in etwa so. Dann sage ich fertig und habe dann hier im Prinzip schon meinen Schlusstext erstellt. So schaut das dann aus. So, was ich jetzt Ihnen gezeigt habe, ist eine ganz klassische Diashau. Sehr einfach gemacht, sehr schnell und einfach eben mit dem iPad mit dem Finger alles auszuwählen. Sehr bequem, sehr flüssig funktioniert das. Und ich zeige Ihnen jetzt noch, was Sie mit Videos machen können. Und zwar habe ich nämlich da Zugriff auf unterschiedliche Videos, die ich natürlich dann ebenfalls auf mein iPad hinzugefügt habe. Videos können Sie natürlich mit dem iPad direkt filmen, also mit der Kamerafunktion des iPads. Sie können aber auch mit dem iPhone filmen und diese dann über ein USB-Kabel direkt mit einem speziellen Adapter ins iPad reinnehmen. Eine andere Möglichkeit ist es, Videodateien von einem PC oder Mac zu übertragen auf Ihr iPad. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und Sie können dann so Ihre Videos bearbeiten. Und zwar nehme ich da mal so eine Videosequenz auf die Timeline, beziehungsweise in mein Storyboard. Sie sehen jetzt, es handelt sich hierbei nicht um ein Foto, sondern um eine ganze Videosequenz. Und das ist dieser Demofilm auch von Avid Studio. Und was ich da machen kann, ist folgendes. Ich kann zum Beispiel an dieser Stelle meinen Film in zwei Stücke zertrennen. Jetzt habe ich da ein zweites Symbol gekriegt, um zum Beispiel etwas aus der Mitte hinaus zu schneiden. Also ich kann dann das mittlere löschen und dann von der Timeline wegschneiden. Ich kann aber auch meine Videosequenzen kürzen, indem ich da dieses Symbol anfasse und einfach einen sogenannten Trim-Effekt erziele. Natürlich kann ich auch da Übergangseffekte dazwischen hinzufügen und diese natürlich entsprechend auch noch verlängern, je nachdem wie mir das gefällt. Ich spiele das einmal ab, damit Sie sehen, wie das ausschaut. Da sind die geschnittenen Szenen mit diesem Übergangseffekt. Und dann kommt die nächste Szene und so weiter. Ob es jetzt die Videos dazwischen oder am Ende und so weiter hinzufügen, spielt keine Rolle. Die werden genau gleich behandelt, im Prinzip wie Fotos. Ich habe da aber noch weitere Videosequenzen, die ich eben bearbeiten könnte, indem ich die einfach auf die Timeline ziehe. Eine andere Möglichkeit, Videos hinzuzufügen, besteht darin, dass Sie ein Videoclip nicht mit dem Finger auf die Timeline oder Storyboard-Ansicht ziehen, sondern dass Sie eine Sequenz einfach mit dem Finger antippen und diese wird dann hier geladen. Dann können Sie da den In- und Out-Punkt setzen und das Video so direkt auf die Timeline ziehen. Und Sie sehen, das geht alles sehr schnell und sehr einfach. So, widmen wir uns noch einmal der Musik. Sie sehen vielleicht diese Timeline, diese besteht aus vier Spuren im Prinzip. Da haben Sie eine Videospur mit dem Originalton. Also diese Videosequenzen haben auch Audio, das sieht man an diesen Wellenlinien. Und dann haben Sie drei Audiospuren zur Verfügung. Ich werde jetzt einmal da in meine Bibliothek mit der Musik reingehen und habe da unterschiedliche Musikstücke, die ich da eben hineingenommen habe. und die kann ich jetzt ebenfalls auf die Timeline legen. Natürlich genau so angeordnet im Film, wo ich die eben gerne haben möchte. Also zum Beispiel beginnend mit dem Film und wenn dieses Musikstück zu lang ist, kann ich das natürlich auch verkürzen, sodass es dann eben schön die gleiche Länge wie mein Film hat. So, wenn ich das dann abspiele, dann hört sich das wie folgt an. Und Sie hören natürlich die Musik. Also Sie können da sämtliche Musik verwenden, die Sie eben auf dem iPad zur Verfügung haben. Sie können dann das sortieren nach Interpreten, nach Alben, nach Playlisten, die Sie vielleicht haben. Und ein Knopf weiter hinten ist dann noch Spezialeffekte. Das sind Effekte, die mit der App Avid Studio mitgeliefert werden. Und da gibt es zum Beispiel Hintergrundgeräusche, die Sie verwenden können, Glocken, die läuten und so weiter. Oder Hintergrundgeräusche, Möwen, Maschinen, Regen, Windheulen und so weiter. Und diese Soundeffekte haben auch eine gewisse Länge und die ziehen Sie einfach ebenfalls mit dem Finger in die Timeline und platzieren dann zum Beispiel den Regen genau dort, wo Sie den eben gerne haben möchten. Natürlich können Sie auch noch weitere Manipulationen im Audio vornehmen, wie Ein- und Ausfäden und so weiter. Dann zeige ich Ihnen noch etwas ganz Spezielles. Es handelt sich dabei um sogenannte Montagethemen. Das sind so 3D-Effekte oder Titelanimationen und so weiter. Und zwar sind da einfach sogenannte Vorlagen integriert in dieser App. Und ich zeige Ihnen einmal, was man mit diesen genau machen kann. Ich habe jetzt da zum Beispiel so ein Extreme, also ein extremes Thema. Das ziehe ich ebenfalls auf die Timeline oder die Storyboard-Ansicht genau gleich, wie ich das mit Videos und Fotos gemacht habe. Das gibt dann einen Platzhalter und eine Länge auf der Timeline. Diese Animation kann ich auch verlängern, wenn ich möchte. Sie werden dann gleich sehen, was genau damit gemeint ist. Ich gehe jetzt zum Beispiel zu meinen Videos und ziehe mir jetzt eine Videosequenz in dieses Montagethema hinein. und ich erhalte jetzt eine 1 und eine 2. Ich möchte das an die Position 1 dieses Montagethemas stellen. Ich zeige Ihnen gerade, was damit gemeint ist. Und zwar, wenn ich diese Sequenz jetzt abspielen lasse, dann sehen Sie jetzt gerade gar nichts am Anfang. Ich beginne noch einmal. Wenn Sie diese Videosequenz nun abspielen, dann würden Sie sehen, wie das erste Video abgespielt wird. Dann kommt eine kleine Animation, dann das zweite Bild und dann wird das vergrößert und würde dann fortgesetzt. Also wenn ich jetzt an dieser Stelle eine zweite Videosequenz hinzufüge, jetzt auf das 2, dann würde dann die zweite Videosequenz abgespielt. Dieses Montagethema ist jetzt etwas umfangreich, um eben flüssig abspielen zu können. Aus diesem Grund werde ich das jetzt kurz rendern, so dass Sie dann den ganzen Ablauf sehen können. So, der Renderprozess ist fertig und ich zeige Ihnen jetzt diese Animation einmal in der Vollbildvorschau. Ich spiele das einmal ab. Sie sehen jetzt, das erste Video wird dargestellt, wird dann verkleinert, in diesem Beispiel gedreht, dann kommt das zweite Video und wird dann vergrößert und läuft dann weiter. So, das ist also gedacht mit diesen Montagethemen. Sie haben aber noch weitere Themen, und zwar können Sie zum Beispiel sogenannte Bild-in-Bild-Funktionen erstellen und zwar bis zu vier Videos oder Fotos gleichzeitig. Das bedeutet, ich kann jetzt einfach eine Videosequenz wiederum mit dem Finger in dieses Montagethema hineinziehen und sagen, an welcher Stelle das dann eben erscheinen soll mit diesen 1, 2, 3 und 4. Auch hier ist es so, dass Sie dann Effekt eventuell kurz rendern müssen, um eine flüssige Voransicht zu sehen, aber im Prinzip können Sie auch mit dem Finger auf der Timeline scrubben, so dass Sie eine kurze Vorschau erhalten. Natürlich ist irgendwo in Video drin auch eine Bild-in-Bild-Funktion möglich, und zwar ziehen Sie einfach etwas auf etwas anderes und erhalten dann eine Bild-in-Bild-Funktion, mit der Sie dann auch die Videosequenzen beliebig irgendwo im Video drin platzieren können. So, also Sie sehen jetzt, diese App ist sehr einfach zu bedienen, aber die Resultate lassen sich doch sehen. Sehr einfach und effektvoll. Und ich zeige Ihnen jetzt noch ganz kurz, was Sie damit machen können. Mit diesem Symbol da oben rechts können Sie nämlich dieses Video weitergeben. Sie können es verteilen. Sie können es zum Beispiel als Videodatei auf dem iPad abspeichern, um mit dem iPad wieder geschnitten zu präsentieren. Sie haben aber auch die Möglichkeit, eine Videodatei direkt an einer E-Mail anzuhängen oder ein Videoclip direkt auf Facebook oder YouTube hochzuladen. Sie müssen dann einfach einen Benutzername und Passwort Ihres Logins eingeben, damit eben der Film ans richtige Ort hochgeladen werden kann. Zudem haben Sie eben die Möglichkeit, ein Projekt in Avid Studio zu exportieren. Das heißt, es wird ein Projekt erstellt, alle Daten werden zusammengefasst, auf dem iPad gespeichert oder eben in die Cloud, also ins Internet hochgeladen und Sie können es dann von dort wieder auf Ihren PC runterladen und weiterverarbeiten. Ich möchte Ihnen danken fürs Zuschauen jetzt bei dieser Präsentation, bei dieser sehr interessanten App, finde ich persönlich. Ich freue mich natürlich über Feedback über diese Präsentation, aber auch über die iPhone-App und wünsche Ihnen viel Spaß beim Bearbeiten Ihrer Videos von unterwegs, von wo auch immer Sie sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal.